Was meinst du zur neuesten Vorgehensweise des Unternehmens mit Blick auf die Arbeit? Mehr Teamarbeit ist okay für mich, aber ich bin nicht glücklich mit der kürzeren Mittagspause. Das bin ich auch nicht. 30 Minuten sind nicht genug. Das sollte nicht erlaubt sein. Stört es dich, wenn ich Kaffee trinke? Überhaupt nicht. Na los! Danke, ich finde den neuen Zeitplan auch nicht gut. Das ist nicht fair. Danke, ich finde den neuen Zeitplan auch nicht gut. Das ist nicht fair. Das ist kein Problem für mich, weil ich nur nachts arbeite, aber ich weiß, was du meinst. Das ist kein Problem für mich, weil ich nur nachts arbeite, aber ich weiß, was du meinst. So langsam fange ich an zu glauben, dass ich jetzt auch Nachtschichten einlegen sollte. So langsam fange ich an zu glauben, dass ich jetzt auch Nachtschichten einlegen sollte. Guten Morgen, was kann ich für Sie tun? Guten Morgen, was kann ich für Sie tun? Ich gehe später zu einem Picknick und brauche etwas Obst. Haben Sie etwas Leckeres da? Nun, wir haben ein paar leckere Kirschen gerade frisch reinbekommen und ein paar leckere Pfirsiche. Okay, von jedem ein Kilo. Und ich kaufe besser noch ein paar Äpfel. Nicht jeder mag Kirschen und Pfirsiche. Okay, von jedem ein Kilo. Und ich kaufe besser noch ein paar Äpfel. Nicht jeder mag Kirschen und Pfirsiche. Kein Problem. Zwei Kilo? Wir haben auch frischen Orangensaft, wenn Sie wollen. Er ist auch kalt. Das wäre schön. Sie haben vorhergesagt, dass es heute warm werden soll. Ein perfekter Tag. Das wäre schön. Sie haben vorhergesagt, dass es heute warm werden soll. Ein perfekter Tag. Ja, sicherlich. Das macht 6,50 Euro insgesamt, bitte. Hier, bitte. Danke für Ihre Hilfe. Auf Wiedersehen. Hier, bitte. Danke für Ihre Hilfe. Auf Wiedersehen. Mehr Teamarbeit ist okay für mich, aber ich bin nicht glücklich mit der kürzeren Mittagspause. Mehr Teamarbeit ist okay für mich, aber ich bin nicht glücklich mit der kürzeren Mittagspause. Das bin ich auch nicht. 30 Minuten sind nicht genug. Das sollte nicht erlaubt sein. Stört es dich, wenn ich Kaffee trinke? Stört es dich, wenn ich Kaffee trinke? Überhaupt nicht. Na los! Überhaupt nicht. Na los! Danke. Ich finde den neuen Zeitplan auch nicht gut. Das ist nicht fair. Das ist kein Problem für mich, weil ich nur nachts arbeite, aber ich weiß, was du meinst. Aber ich weiß, was du meinst. So langsam fange ich an zu glauben, dass ich jetzt auch Nachtschichten einlegen sollte. So langsam fange ich an zu glauben, dass ich jetzt auch Nachtschichten einlegen sollte. Guten Morgen. Was kann ich für Sie tun? Guten Morgen. Was kann ich für Sie tun? Ich gehe später zu einem Picknick und brauche etwas Obst. Haben Sie etwas Leckeres da? Nun, wir haben ein paar leckere Kirschen gerade frisch reinbekommen und ein paar leckere Pfirsiche. Okay, von jedem ein Kilo. Und ich kaufe besser noch ein paar Äpfel. Nicht jeder mag Kirschen und Pfirsiche. Kein Problem. Zwei Kilo? Wir haben auch frischen Orangensaft, wenn Sie wollen. Er ist auch kalt. Das wäre schön. Sie haben vorhergesagt, dass es heute warm werden soll. Ein perfekter Tag. Ja, sicherlich. Das macht 6,50 Euro insgesamt, bitte. Ja, sicherlich. Das macht 6,50 Euro insgesamt, bitte. Hier bitte danke für Ihre Hilfe. Auf Wiedersehen. Hier bitte danke für Ihre Hilfe. Auf Wiedersehen. Danke, premise für Ihre Hilfe.